Ah, super, da haben wir es, ja. Sauber. Jetzt überlegt er sich wieder, wie er mich gleich verarschen kann. Das dauert nun mal immer ein bisschen, dann muss ich ja erst mal überlegen. Ne, tun wir ihm da mal ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger und da mal so ein richtiges Bild. Das dauert halt so seine Zeit. Und auf geht's. So, nun schauen wir mal. Oh. 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 Oh, die haben wir schon. Das ist ein nettes, wow. schön das macht spaß komm nochmal was ja sauber 100 euro nehme ich definitiv mit so und wieder mal eine ausspielung komm jetzt hau rein endlich weiter komm weiter weiter komm noch ein zack 15 komm hau weiter rein hier jetzt komm zack 15 weiter 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 komm juhu juwel zack mein erster juwel juhu 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 ich kipp um juhu 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 Oh Leute, ich bin jetzt total nahe, das glaube ich gerade nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass echt noch der Juwelpot hier fällt. Das ist mal richtig geil gerade. Clubbingman 1980s, erster Juwel Pottermore am Red Hot Fireport. Ja, müssen wir nur noch gucken, dass wir Gold noch kriegen. Damit geht es weiter. Schauen wir mal, dass er nicht so viele Nieten hier reinhaut. Wow, schön. Also neben dem Club bis 18. Zack. Zack. Können mehr, aber wenn er die Nieten gibt auch weniger. Das hängt halt davon ab. Kann natürlich auch Nieten geben. Aber ich sag mal so, in der Regel gibt er so, dass du plus minus dem gleichen Wert ungefähr bist. Denk ich mal auf Dauer. Ja genau, so zu sagen. Aber 6 Nieten haben wir wieder 6 drauf. Jetzt hat er mal wieder 6 gegeben. Kann er noch 10 mal machen und 6 hinterher hauen. Ja genau. Wieder. Ja genau. Da würde ich spiele ich jetzt. Ich spiele erstmal alles raus, dann auf Gold weiter. das dumme ist mir geht langsam der akku leer jetzt hat er noch viele Nieten gedreht da sollen aber noch ein paar Sechser kommen Glückwunsch ach so mit Kartenrisiko wie viele hast du? 40? 40 Euro? ja ja du bist 20 Risiko leichter und dann zweimal hoch ok ich habe es noch nie gehabt das ist jetzt das erste mal dass der mal den rausgehauen hat bei mir ich hatte eigentlich nur auf Gold gespielt ich hätte nicht mehr gerechnet auf was fachst du? plus 20 jetzt den normalen Einsatz plus 20 das ist der Zusatzeinsatz 10 Cent glaube ich 10 plus 20 oder was habe ich gespielt? ich guck mal ja fast Minimum plus den maximalen Jackpot Einsatz ja das denke ich mir auch gerade jetzt muss ich mal gucken dass ich Gold noch kriege wie kriegst du denn das? was musst du denn da kriegen? oh mach mal gleich mach mal gleich mach mal gleich ich will jetzt mal kurz das ist das ich will nicht mehr da ja So, schauen wir mal. Komm mal noch Gold hinterher. Komm weiter, weiter. Fragezeichen, hau rein. Hau ein Fragezeichen, schade. Könnt trotzdem noch Gold werden, mit Glück, oder? Nein, so nicht. Silber? Hey, Bronze. So, ich bin nur so aufgeregt, ich kann nicht mehr mal rechnen, ja. Ich jage immer noch Gold und habe eine Serie. Schauen wir mal, was er macht. Ich kann ja jetzt mal ein bisschen höher spielen, aber ich wollte es nicht übertreiben. Ich wollte das Geld ja nicht von pulvern, ja. Mal gucken, was Huckleberry Finn und Tom Sawyer, beziehungsweise umgekehrt gesprochen, mir zu bringen. Komm weiter. Jo, schön, mach eine Reihe voll vorne. Jetzt fehlt vorne nur. Das gibt es nicht. Komm, mach mal vorne was hin. Hey, zack nicht, der macht nicht Eingewinn. Jawoll. Schön, zack. Oh, das sind ja gerade mal 3 Euro. Ich dachte, das ist mehr. Ach stimmt, das sind ja gar keine Fingereien hier. Mach doch mal voll. Mach voll. Mach voll jetzt. Na ja, immerhin 30 Euro. Und weiter geht der Spaß. Gold steht immer noch an. Zack, jetzt komm. Komm weiter. Nein. Nein. Ganz schlecht. Noch schlecht. Na ja. Und weiter geht's. Immer noch auf der Jagd nach Gold. Komm jetzt, hau mal Fragezeichen rein. Oh, das gibt schon wieder gar keinen. Das ist ja fast so schlimm wie 5 mal die 1. Auf geht's. Und das ist immer noch auf der Gold hier. Komm, hau nochmal Gold. 11? Nein, einen davor. So, nehmen wir nochmal die Cash Cams auf. Oh, der gibt aber, ich wollte gerade sagen, da geht's. Is der der Schuss? So. So, ich geht's. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? ja dauert Machen wir mal eine 6, dann hast du so viele Nieten reingehauen. Alter so, wollen wir ein bisschen Kapital um Gold zu holen. Ich glaube aber, ich hole erstmal alles raus und probiere dann Golden und machen weiter. So, komm, hau raus. So, weiter geht's. Immerhin Bronze. noch mal bronzen komm jetzt weiter, weiter, hau noch einen raus komm ah scheiße schade 12 9 wieder bronzen der harsch 5 euro man auch auf der Költe Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020